Ein großartiges Leben ist... Für mich ist ein großartiges Leben... Ein großartiges Leben für mich ist... Für mich ist ein großartiges Leben... Ein großartiges Leben für mich ist... Ein großartiges Leben für mich ist ein Leben, das ich selbst gestaltet habe. Horauszufinden und das wird jeden Tag, wie ich etwas mehr Liebe schenken kann. Jeden Tag einen kleinen Schritt näher an mein wirkliches Potenzial zu kommen. Wenn ich meine Qi-Formel leben darf. Wenn ich wirklich liebevoll leben kann. Ist in jedem Augenblick dem Weg meines Herzens zu folgen. Ein Leben voller Liebe, Lust und Leidenschaft. Zeit für das Wesentliche zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin die Königin in meinem Reich. Wenn ich immer spüre, was macht mir Freude. In mir zu ruhen. Wie ich das machen kann, was mir so am Herzen liegt. Ein Leben, in dem sich alle Menschen mit Empathie begegnen. Wenn ich mit mir selber achtsam lebe, nach eigenen Entscheidungen und meiner eigenen Erwartung erfüllen kann. Morgens aufzuwachen, erholt in den Tag zu starten, ein Ziel vor Augen zu haben. Einfach glückselig zu sein. Wenn ich in den letzten 20 Minuten meines Lebens zurückschauen kann und sagen kann, es war vielleicht nicht perfekt, ich habe vielleicht viele Fehler gemacht, aber ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe mich komplett verschenkt. Zertkult. 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 Bis zum nächsten Mal.